Da ist was offen, oder? Wir sind hier von oben reingekommen, ne? Hier geht's weiter. Yay! Gegner! Oh, ich seh sie schon auf der Karte. Warte mal, sind denn alle da? Der Mo, der fehlt noch. Ne, warte mal. Wo ist er denn wieder hingerufen? Habt ihr übrigens drei der Münzen eingesetzt? Ja. Ja, hab ich. Okay, dann mach ich das mal machen. Ich hab noch ein Schiebeopfer gekriegt. Oh, Splicer! No, der. Ist er denn jetzt außer der Schrotflinte und die Schuhe ist nichts gefallen? Fusionsgewehr von mir. Fusionsgewehr. Fusionsgewehr. Aber ich hab's nicht ausgerüstet, momentan. Ja gut, okay, das Fusionsgewehr habe ich auch. Ja, die Shotgun behalte ich, wenn noch mal Captains kommen. Oh, Mann. Ja. Die Spaß, Jungs. Mich hat's ja voll aufgeregt, dass ich nichts gegen die Captains hatte. Jallerhorn. Ja, zweimal Jallerhorn. Wobei ich denke mal, die Weide ist besser. Ja, aber dann brauch ich die. Ja, Jungs, warte mal ganz gemütlich. Guck mal rum. Wegen Kisten. Mach mal den Dings an, vielleicht. Schon weh. Oder man sieht's vielleicht sogar nicht. Die Jäger müssen's doch sehen, oder? Ja, ich mach das Gewehr rein, warte. Ich mach's dran. Ich lauf jetzt mit dem rum. Aber ich glaub nicht, die Kisten ist wieder zu sehen. Konnte man die eigentlich bei dem anderen Raid auch sehen, dann? Das wusste ich. Ich hab's nie versucht. Ich hab's nicht mal versucht. Ich hab's nicht mal versucht. Ich bin nie Jäger gewesen. Hä? Aber guck mal, hier ist es schon mal verdächtig, wenn du hier hoch guckst. Hup, 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 hup. Alter, wo seid ihr? Stimmt. Ich bin hier unten. Toll. Wo bist du denn da? Hä? Wo seid ihr? Äh, ihr seid. Oh! Oh, hier geht's kaputt. Hier oben hat's, hier oben hat's nur ein weiterer Weg. Ein Weg der Höhe geht. Guck, guck, guck. In der Mitte hoch? Nee, nicht. Okay. Ich geh auch mal hoch. Runter kann man wieder zahlen. Hoch ist schwer. Hoch ist schwer. Hoch ist schwer. Hoch ist schwer. Und schon wieder eine Sprung-Rassage. Hoch-Rassage. Ach, hier haben wir nicht der oben. Jäger haben's da irgendwie leichter, hab ich das Gefühl. Ich hab'n Dreifach-Sprung drin. Das meins. Oder Vierfach. Oder Vierfach, ich hab' die Stiefel drin. Wartet auf mich. Ich hab' auch von Anfang an mit den Stiefeln gespielt. Haben wir von Anfang an bewusst. Das sieht jetzt doch so brüchig aus. Da links. Inspiziere erstmal. Wo, 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 wo. Damage! Egal wo. Da aus komm' ich direkt hoch würd ich sagen. Wo geht's weiter? Guck mal. Ich komm' direkt hoch. Guck mal, mach'n bisschen Platz! Ist da was? Ach nee, da muss man in Lampen. geht ihr vor aber auch man vierfach sprung rein hier bei dir jetzt lieb ich doch warlock zu sein jäger for life ist hier jäger zu start vertreten was wieder einstieg ist dahinten hier gibt es bestimmt hier gibt es bestimmte imokisten was ist das unter und unter das ist die plattform ist gar nicht richtig was das ist dass mich jemand runterschutz ist ohne dass mich jemand an der schutz er hat eine kiste gefunden wo bist du lang gegangen ist da hier oben drauf bei swiss doch gewusst da oben ist hier gute leistung swiss die jüngste zeigte was durch ja mein joker siehst den habe ich auch drauf ich brachte den jäger warte das geht nichts mit den denn sie hat sich nicht auch so gern gehabt bei den gibt es nicht mehr wo bist du ja ich weiß nicht wie ich dann kommen soll vielleicht wieder ganz nach ganz zum schluss und mal jetzt hier da drauf pass auf da ist wieder eine exo drin ja nicht nachts kriege ist scheiße ich hätte gerne ich hätte gern kopf der deckung oder so eins zwei drei vier fünf sechs so jetzt darf sie aufmachen oh ja jetzt hört du mit den exos ich habe es noch nicht gesehen das steht bei mir noch nicht vielleicht habe ich auch eine exo der vierte reiter ach so mein platz ist voll vielleicht habe ich es gar nicht gedroppt doch ja ich muss hinterher nochmal nachgucken ob ich was gekocht bekommen habe zauber so ist high five tiger zwei exo kisten was zur hölle zwei exo kisten und die erste sehr offensichtlich das ist die standard also jetzt kommt richtig gewusst oben muss ebenso ein satz ausfällen also jetzt kommt bestimmt irgendein fucking rätsel hat irgendwas so voll verknacktes das ist ja nicht nur der abgeschwindigkeit das ist ja nicht nur der abgeschwindigkeit das ist ja nicht nur der abgeschwindigkeit team gesichert oder so kack kommt jetzt ja warte mal auf fosse warte mal auf fosse vielleicht gibt es hier noch ein fragment oder oder ne ich glaube ein fragment gibt es für die bosse das ist ja eine Herausforderung passt auf die blitze auf die zwischen schlacht oh es passiert was ne das ist das zum wegrennen hier scheiße nein das über uns ist die ganze maschine scheiße nein ich hab keinen bock weg zu reden ey komm mal nach da hinten hier kommt ihr oben drauf wo hin das ist die komplette maschine das sieht man ja stimmt können wir sie nicht steuern warte noch warte noch die sind alle ich habe schon was entdeckt auf der seite warte noch zu weit vorne laufen ok nicht ganz noch warum versorgen wir ihn mit saft weil er not geil ist da ist nämlich hier irgendwas wieso gibt es ich habe da irgendwie Angst da unten bekommst du ein fadenkreuz wo da rechts hat es einen gelb leuchtenden kugelartigen hier glaube ich kann man was einsetzen guck mal bei Jack Daniels warte warte ist das vielleicht gefaktes aus das sieht aus wie eine Bombe machen wir den kaputt in dem region alles hier ich habe schon angst ja aber das ist hundertprozentig das zum weg denn das sieht man hier vorne sind auch schon wieder so wie gerade am anfang irgendwas zum aufladen wir sind zwei so so lampen ja hier beim jack daniels der steht ich habe echt bock da runter zu springen wollen wir unten erst mal auf die fesse schießen das letztendlich ruft alle zoller bei der damal da hast du es gesehen ach so das ist so das ist ein buch wir wollen jetzt mal da unten auf die fesse schießt ob die zoll oder wollen wir dann mal das tut ist ja jungs zu sagen ich habe jemand eingeschlafen ich unterspringen wir endlich mal und alle da los brauchen wir brauchen energie für das die ja das ist das was nach hinterher auf uns los geht wir müssen wahrscheinlich auf beide seiten ausweichen einmal nach links einmal nach rechts wir müssen ihn erst aufladen vielleicht ist das ja nicht mal wirklich zum auf abhauen oder so vielleicht hilft uns ja durch irgendwie die mauer ja die die aufladen ja die 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 hier